ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wir wollen uns jetzt allgemein einfach nur noch hier aufhalten, deswegen, ich fange jetzt auch langsam an, die ganzen Kisten aus Autos hierher zu transferieren, die ganze Hälfte der Eisen ist ja eh schon da, ja gut, aber ich möchte euch heute den Fortschritt in der Stadt vorstellen, mit Bartelsen zusammen, den ich gestern und vorgestern gearbeitet habe, und zwar ist das so einmal ein Sicherheitssystem aus Kameras, Ich zeige euch mal, ich habe überall Kameras platziert, einmal bei mir, oh gut, das zeige ich euch gleich, das ist was anderes, hier, einmal hier die Kamera, einmal, ja, und einmal dann, einmal hier die Kamera, einmal, dann haben wir ganz coole Kameras, einmal hier oben in dem Raum, Ja gut, wenn nichts aussieht Ja, ja, gleich, ich zeige bloß alle, und dann kannst du noch mal alle zeigen, und dann haben wir hier nochmal, gut, hier, for you, kannst dir mal angucken, rechtsklick drauf machen, dann auf die, äh, Nummern Ich habe hier keine Nummern, bruh, aber komm mal mit, komm, ich will dir zeigen, ich will euch mal die ganzen Kameras, gut, guck mal, hier ist eine Kamera, hinter dir, dann ist, äh, die andere Kamera in meinem Gasthaus, und zwar direkt hier, sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn ich das anders mache, bin ich in der Decke oben drin, wenn ich mir das angucke, ne, dann ist die nächste Kamera, Das nächste, ist hier Aneric seinem, äh, Dingens, Aneric seinem, also seiner Schmiede, und die letzten zwei, ne, und dann sind noch zwei, ganz oben auf den Turm drauf, einmal nach da, einmal nach da schauend, und eine ist oben bei den Rüstungen, ne, damit die Rüstungen, falls die geklaut werden, dass ich das mitbekomme Ähm, und wir können ja sagen, gleich, Marv ist, äh, ne, 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 Marv, wissen wir nicht, was mit dem ist, also, äh, in der Stadt, ja, Vielleicht hat er kapiert, dass, oh, in Far Cry ist auch hier, genau, Far Cry, ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll Gut, ähm, dann komme ich zum Besten, finde ich, also meiner Meinung nach, dem Besten, Batsi kann das leider nicht benutzen, das spinnt bei ihm ein bisschen rum Ähm, ein Fahrstuhl, aber du kannst es ja von außen zeigen Zack, reingehen, zack, kann ich hier runterfahren Es ist ein kleiner Fahrstuhl Mach ich mich nur Geh mal in den Keller, geh mal, geh mal in meinen Garten Und geh da mal in meinen Keller runter, damit du auch das, äh, den Leuten zeigen kannst Also da, wo wir versucht haben, Far Cry, äh, genau, Far Cry, mal ab einzuspüren oder was Genau Da habe ich nämlich sehr schön viel erarbeitet Und, da sind wir jetzt Das habe ich alles gebaut Das können wir eigentlich als Gefängnis direkt holen, oder nicht? Nee, das Gefängnis ist ja immer noch hier Das werde ich danach ausbauen, das habe ich seit dem Mafia drinnen, war noch nicht weiter gebaut Ähm, die Wither Skiles, ähm, ich brauchte halt nur einen Wither Skile, um jeden zu beschriften Die Wolle war halt sehr teuer, aber sonst Genau, hier ist der Fahrstuhl, hier ist der Computer zum Fahrstuhl, den darf man auf keinen Fall irgendwie abbauen Und hier ist irgendwie immer noch, hier ist irgendwie immer noch dieses rum, was Mafia erschafft Es sind zwei Hühner hier mittlerweile, weil ich die Eier immer geworfen habe, die die gelegt haben, also Hier ist noch eins drinnen Aber, ähm, eine Frage, hast du eigentlich das Hund gekillt, einen Hund hier unten gekillt? Nein, auch nicht Wir haben aber nur beide ein bisschen weniger HP Ich glaube, der eine hat sogar zwei HP, ne, beide haben drei HP, okay Okay Äh, jetzt kommen wir zum eigentlich besten, das ist mein persönliches Lagerhaus Oder das, mal schauen Das ist Falko, genau das geht, aber das hat man ja gesehen im Stream dann, Streamaufzeichnung Aber, gut, Wazik kann gar nicht mitreden, ey Okay Das hier, ja, das, 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 das brennt nicht, das kann man auch, wenn du es löschst, das brennt gleich wieder Äh, ich darf das nicht zeigen, deswegen mag ich es mit einem Numpad Warte, komm rein Was ist das? Was ist das? Guck mal hier Äh, lauf mal gegen die Zäune Ähm, wir tun was zu oben da Deswegen gehst du da mal lieber nicht rein Das kann ich vorhitten, also wenn ich vier, äh, so zwei Sekunden reinsprich Ich kann da keinen Schaden rein bekommen, weil ich sie platziert habe Und hier unten ist dann, ähm, Zeugs Und ist dann mit verstärkten Blöcken halt gemacht, das kannst du auch nicht abbauen Kannst die Erde oben auch nicht abbauen oder irgendwas Hier habe ich dann ein bisschen Zeug reingelernt, und den Toaster habe ich schon Aber der Zaun ist nicht elektrisch, also der Ne, der äußere nicht, der ist nur unkaputtbar für euch Also für mich nicht Was soll das hier sein? Das ist mein Lager Da, wo ich meine ganzen persönlichen Sachen reinlagere und werde, wie meine Dias, die sind schon alle unten Meines Marktes und sowas Damit da jetzt hier keinen zum Beispiel Marv haben kann Und hier Ja, ja, genau, niemand hat das von ihm gehört Also Rick habe ich seitdem auch noch nicht mehr gesprochen, aber gesehen habe ich ihn in der Stadt, ne? Aber gut Äh, wo... Oh, mein Fahrstuhl ist nach unten Ja, gut Gut, da können wir uns mal sparen Äh, wollen wir mal schnell zum Marvs Haus? Ach, ne, oder? Ja, komm, lass mal Vielleicht hat er ja irgendwas da gelassen, vielleicht ein Abschied, wo es... Ah, ja, genau, jetzt war es jetzt seine Schlange Ja, jetzt, die James ist noch da, glaube ich, ne? Ja, James ist noch mit dem Ruhig noch später Ah, okay So... Ja, ist ja eh nicht mehr so... Okay, da unten ist tatsächlich nix Das ist immer so ein Ruhraum gewesen Ich hab mir direkt die Dias gegönnt Okay, ähm... Gut Äh, Lukas wollte... Ah, ne, Lukas Ah, ja, genau, Lukas habe ich auch unten im Keller Habt ihr vielleicht... Ah, ne, den habt ihr nicht gesehen Aber der ist hinten in diesem... Ja Einem extra... Ja, danke Einem extra Raum Erstmal Tür zu machen, äh, Tür zu machen von meiner Nase Sehr öfflich Sehr öfflich Äh, das... Ja, egal, ich komme auch Ich wollte ja eigentlich mit dem Emetion runter Aber ich hab mein Wasser einmal im Elemental Deswegen... Weiß ich jetzt drauf Äh, wollen wir mal noch irgendwas zeigen? Ja, die Mauren habt ihr schon gesehen Wenn ihr bei Bart wieder geguckt habt Meins ist leider... Oh, da haben wir es verschwunden Hier hab ich so einen kleinen Doppelgegangen gemacht Hier muss ich noch einmal hochziehen dann Ähm, ja... Gut... Ah, ja, genau, noch ein was muss ich zeigen, noch ein was muss ich zeigen Okay Ich hab meine Redaktion komplett mit, ähm, Kameras ausgestattet Okay Hier, genau Die Kameras, äh, können dann nochmal, äh, Mitglieder, die hier halt arbeiten, sehen Die hab ich hier in diesem... Ofen im wahrsten Sinne des Wortes reingespeichert Da ist so ein Kameramonitor Wenn ich den rechts sehe, kann ich da in jede Kamera zugreifen halt, die ich hier In... Diesem... Schönen... Ding in... Aufgebaut haben Inhalb des Dorfes, oder nicht In der Petroleum Ja, das können wir... Das müssen wir machen Das müssen wir machen Da geht gar kein Weg drumrum, ey Okay Äh... Gut, was wollen wir noch machen? Das war jetzt... Es ist eigentlich nur... Dieses Video ist eigentlich nur so ein kleines... Äh... Äh... Dieses Video, sozusagen, ja Ein kleines Zeigen Und wollen wir... Mal schnell zur Basis oder so? Ja, wollen wir mal zur Basis Jetzt sind wir dann da Ja Äh, da hinten... Da hinten ist Salkor Aber der ist so... Komplett Was ist das hier? Was ist das für ein Teil? Was? Alarm! Lauf! 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 Nein, 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 komm Das ist das für ein Teil! Lauf! 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 aber klar dass ich vorbei lassen mag der menschen war nicht mehr von gewollt würde ich sagen ja aber nicht vergessen